Ich hab mich total scheiße gelegt. Ah, komm. Ah, knackt ihn. Knackt ihn. Knackt ihn. Ja, haha. So muss das sein. So muss das gehen. Und ihr könnt mal diesen primitiven Uraltturm ersetzen. Durch ein hoffentlich besseres Modell. Zwei bleibt in der Basis. Und schauen uns mal weiter auf der Map um. Gruppe 3, meldet. Hat nicht einer den Befehl, das Ding abzureißen? Warum macht es dann keiner? Oh mein Gott. Fickt euch ins Knie, ihr Wichser. Hey, nee, nee, nee. Und jetzt bauen wir da diesen komischen CB-Turm. CB-Turm. Äh, da war der gestanden, ne? Keine Ahnung, ob der in irgendeiner Weise... Besser! Oh, ihr Ver... Ihr misst keine. Konstruktion abgeschlossen. Komm, kill das Ding halt. Komm, kill das Ding abzureißen. Komm, kill das Ding abzureißen. Sagst du gar nichts mehr? Hat doch eh keinen Wert. Und ich glaube, es ist bedeutend besser, der Turm. Oh, Panzersperren, wie geil ist das denn? Und was blinkt da auf die Ölquelle? Spiel speichern! Speichern wir da! Äh, ihr fahrt jetzt mal wieder dahinter. Komm, kill das Ding abzureißen. Ihr macht mal die Panzersperren kaputt. Ich glaube, die schießen weg, die fängt schneller an. Kann das sein? Nein. Vielleicht will die es mir auch noch ein. So, da sammeln. Gruppe 3, meldet! Gruppe 1, meldet! Ach, ihr verdammten, weg... So. Na, egal, solange sie mal die Commandos nicht vernichten. Gruppe 3, meldet! Ah, ihr fahrt da runter, ihr seid doch gar nicht so blöd. Pff, glaube auch nur ich. Wir stellen den Turm ein wenig näher an die Front, das ist... Und, ach komm, wir rücken weiter vor. Scheiße auf die eine Einheit, die da irgendwo jetzt in der Bamba noch rumfährt, zwei Stunden und... Ich fahr da runter, wenn ich da runterfahre... Da 20, da 20, da 20, da fährt einer durch und... Und dann fährt der nächste durch und... Ich hab keine Ahnung, warum ich jetzt so scheiß Geräusche mache. Drrsch, drrsch, drrsch... Egal. Ich kann's gar auch den Grundriss des Gebäudes sehen, ja. Wie geil! Was ist das? Ey, ja, ihr könnt jetzt wieder aufhören, darauf zu schießen. Es geht nicht kaputt. Was? Wo kommt der denn jetzt her? Ach, der stirbt jetzt eh gleich. Scheiß drauf. Noch mehr Luftabwehr bauen? Wir bauen noch mehr Luftabwehr! Je-hey! Gebäude wird angegriffen. Oh, jetzt... Könnt ihr euch nicht mal entscheiden, was ihr angreifen wollt? Was bist du denn schon wieder? Konstruktion abgeschlossen. Das Gebäude dahinter hat er gleich noch weggeblasen. Genau! Und dann eine halbe Stunde fürs nächste Gebrauch. Wie geil ist das denn? Feindliche Basis entdeckt. Ja, da haben wir sie schon. Wie feindliche... Ist das? Sag mal, dass das bloß Strommassen sind. Ist das bloß Strommassen? Hoffe ich mal. Feindliche Basis entdeckt. Ah, sie haben wieder nur Flammenwerfer. Ah, geil! Ey, ihr habt doch nur Flammenwerfer. Ach, du heilige Scheiße! Ey, jetzt soll den erst kaputt machen. Ich dachte, den wäre schon kaputt. Voll lustig ist, den auf meine Commander schießen. Oh mein Gott, jetzt schießen sie gleich auf meine Commander. Oh Gott. Oh Gott! Das ist ein Ries, ein Ding! Mal schauen, wie viele Verteilungsgebäude wir in diese Map bekommen. Nein, war da nicht vor! Ja, fahrt doch direkt rein! Habt schon recht! Hey, ihr lebt noch! Ich bin beeindruckt! Wie lang fragt sie halt noch. Oh, wie es wackelt! Sieht so scheiße aus. Ich mache jetzt vorhin Platz hier, so. Ich speichere gleich noch mal. Warum nicht? Machen wir erst mal den Platz. Zwei Basen. Warum leuchtet das da? Was ist da? Der Beude wird angegriffen. Wut! Ach komm, das ist doch lächerlich. Sowas lasse ich mir doch gar nicht erst ablenken. Das ist doch... Na komm, schiezt es kaputt. Kann auch nicht zu lang dauern. Oder... Mensch, 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 Mensch. Was schießt denn ihr Verraketen da? Plastikdinger. Was ist denn da unten noch? Hast du noch irgendwas? Sieht aus wie von so einer Scavenger-Basis oder so. Hoffentlich kommt die Versage jetzt nicht wieder. Das ist ja... Ihre Steinzeit-Technolog... Was ist da denn noch? Boah, jetzt kommst du schon wieder mit den... Nein, das ist verdammt ein Cyborgs. Geht mir so auf den Sack, wisst ihr das? So, Ruhe ist jetzt. Oder ich mach ernst! Was dann passiert, weiß ich auch noch nicht. Ich hab noch nie eins gemacht, du. Herrlich. So. Frei repariert er erst mal und dann... Schauen wir mal, solange was da ist. Matchbox-Autos! Ah. Hm, komisch. Wusste gar nicht, siehst du eigentlich explodieren. Ach ja, das ist wieder ein unkaputtbares Matchbox-Auto. Steht noch irgendein Haus. Na komm, macht's platt. Na, geht auch. So, jetzt haben wir da auch gescheit Platz und können da weniger Basis hochziehen. Was wahrscheinlich eh total schief gehen wird. Aber egal. Das macht mir immer Angst, wenn das plötzlich alles so auf-ploppt-poppt. Poppen! Ach, komm schon wieder mit dem Spielzeug. Verdammte Scheiße, die haben Lancer. Ich sollst erst die Lancer-Pants angreifen, warum tu ich's nicht? Ist ja langweilig, kann sie jeder. Und ich seh grad, ich hab da noch einen Flammenwerfer dabei. Ja, es ist zeitig zu recyceln, Kleiner. Konstruktion abgeschlossen. Und zwar, komm, kommst zurück. Und wir bauen noch einen Lancer. Flammenwerfer gegen Lancer, find ich gut. Gruppe 3, meldet. Ihr seid fertig. Na, ausgezeichnet. Laboraturplattform. Die wird jetzt... ...irgendwo gebaut, wo Platz ist. Wenn ich den Platz finde, wo Platz ist. Wie viele Leute mit Dingern hab ich jetzt schon? Vierte? Fünfte? Konstruktion abgeschlossen. Schau mal, was passiert. Die kommen halt immer noch einfach so durch. Produktion abgeschlossen. Fickt euch. Fickt euch doch einfach mal. Konstruktion abgeschlossen. So, jetzt bauen wir mal gescheit viel davon. Gruppe 1, meldet. Gruppe 1, meldet. Hm, 9, 15 von 16. Konstruktion abgeschlossen. Wer noch irgendeins repariert? Gruppe 1, meldet. Äh, nein, das heißt, ich muss drei neue bauen. Drei neue, ja. Äh, ja, nein, Moment. Den einen... Ja, den einen haben wir hier schon gebaut. Ach, du sollst den nicht reparieren, du. Es soll recycelt werden, warum auch immer. Bringt das Energie? Ja, es bringt sogar wieder Energie. Wieso können die einfach so an meinen Einheiten-Mobile laufen? Vor allem, warum machen die meinen... Hä? Okay, jetzt ist... Es ist einfach unglaublich, wie blöd der Gegner manchmal ist. Scheiß drauf, wir bauen jetzt Verteiligung. Dann werden es eben... Was auch immer angegriffen, mir egal. Wie wird denn angegriffen, hä? Ach, das Dürmblatt, oder? Das geht mir so am Arsch, vorbei. Nein, dann hab ich dich jetzt. Okay, ich wähle dich aus. Dich und dich. Und weiss dich dann... So, wem weiss ich nicht zu... Oh, ich den Commander zu finden ist... Ah, Krampf. Geh nix gut. Äh, okay, okay. Nein. Du? Ja. Er zieht sie zurück. Direkt durch die feindlichen Panzer. Geil. Mach halt die scheiß Panzer platt, mach ihn platt. So, was, was war noch abgeschlossen? Gut. Dich weiss ich, wie weiss ich dich zu dem ganz großen Commander. Bob Moraine, der Commander. Ich komm jetzt da drauf. Keine Ahnung, coole Sendung. Könnten sie mal wieder senden, ne? Läuft auf YouTube. Ähm. Hab ich jetzt nicht gesagt, nein. So, jetzt soll das in der Reparatur ein wenig schneller gehen, oder? Ja, herrlich. Wir laufen einfach immer wieder an meinen Panzern vorbei. Ich glaub's einfach nicht. Das ist echt zu hardcore. Bauen wir noch mehr Luftabwehr. Noch mehr Luftabwehr. Wir, wir, wir mauern uns ein mit Luftabwehr. Luftabwehr, ja. Konstruktion abgeschlossen. Ich glaub, das war so ein Mist. So ein Mist einfach nur. Warum kann das eigentlich einfach drüberfahren? Das ist bloß ein wenig Infanterie. Was hab ich denn für Panzer, hm? Plastik, fantastik, extra weich. Wir müssen sie ja erst reparieren lassen, wenn sie sie an der Front sind. Ach, ich kotz gleich. Konstruktion abgeschlossen. So, mal schauen, wie sie Tage euch beikommen mit ihren Fliegern. Sie fliegen einfach drum rum. Ja, ich seh, es kommen, dass sie einfach drum rumfliegen. Konstruktion abgeschlossen. Da muss man erst eine Milliarde Stück bauen, bevor die was dachen. So, und wir greifen zuerst. Konstruktion abgeschlossen. Die Beide wird angegriffen. Rechts an. Kann ich rechts angreifen? Keine Ahnung. Wir werden's sehen. Aber erst muss ich nur so wegen Luftartillerie. Luftartillerie, Luftartillerie, genau, Luftartillerie. Yeah, Artillerieangriff in die Luft.